Sind wir Protestanten? Wir sind keine Protestanten. Das ist eine falsche Vorstellung, dass Baptisten Protestanten sind. Wir sind keine Protestanten, weil wir niemals katholisch waren und auch nicht das Ziel haben, wieder zur Mittagkirche zurückzugehen, wenn sie sich endlich reformiert. Wir sind keine Reformer. Wir glauben nicht, dass wir den Teufel reformieren können. Der Teufel war der Lügner von Anfang an. Und er würde es auch bleiben. Du kannst den Teufel nicht reformieren. Wir sind keine Protestanten. Wir sind keine Reformer. Zur Hölle mit der katholischen Kirche. Zur Hölle mit der Ökumene. Wir sind Baptisten. Wir glauben an die Bibel. Feuer...